Direkt erstmal n'n Diss-Dike dalassen Abonnieren und sub doch hier wäre echt nett Bärms, Digi Oh mein Gott, darauf mal geschweinige Moves, Alter Ey, Ivan, kannst du in meinen Stream gucken, dann kannst du zugucken Hu 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 hu. Hu 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 ha hu 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 ah genuine. Der guckt dir jetzt ruhig zu Ich die counted zuschauer 민fu Hallo Hellơло Dudescher Nein Die darf doch glue Du musst immer beim mein Stream vorbei. X dashent 그 nNIGGITS X dashentera X dashTV X dash Du musst bei mir vorbeigucken, da sehst du mal dir wie so ein Sexbild Ich muss mein Handy daneben legen, legen meine Kommentärin Ich lasse es lieber einfach sein, das ist dumm, was ich hier mache Oh mein Gott, ich hab ein Video-Strom Sunny? Wo der Happy Schwarmlet? Was? Omelette, 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 oder was? Das ist eine Scheiße, muss geschnackt werden Wir müssen ein bisschen Leute zerstören, ja, ja, um hoch Guck mal, letzten Tor, letzten Tor Das ist jetzt eigentlich eine aktuelle Handy-Nummer, Digga Was? Das haben jetzt alle mitbekommen, du wirst wahrscheinlich von 200 Leuten angeschrieben werden, Kappa Zwei Gegner, drei Gegner, vier Gegner, sie Vier plus, okay, passt schon Oh, ich kock schon aufs Fliegen, Alter, bin ich behindert, ey Ich hab schon erst das Fliegen verkackt, ey Oh mein Gott, ich bin so Ja, ich habe einen Revolver, und der ist so scheiße Hey, da kommen noch welche Gegner dazu, mit dem Kugler Ich hab nur ne Automatik, Digga Ich hab MP Ich bin nur am Durchrushen, weil ich Loot brauche Tommi Ja, goldene Krampfschruftdünne, jetzt kann der Fight losgehen Ich hab gedacht, das spielt nicht die Krampfschruftdünne Oh, ich hab gerade, äh, so ein Wurzeln Wenn du sie eigentlich nicht kuscheln, wie die ich habe ist, dann spiel ich die auch, dann ist kackegal Das ist bei mir jetzt noch ruhig Also, ich geh auch gleich rein puscheln Für mich geht richtig Gangfight ab, Alter, die linken sind ja auch, Alter Ja, das hört man Ein bisschen, aber man hört das Sind alle richtig eh, Alter, du hast es unbedingt getrunken Oh, ne Tommi Gun Hier, ich kann meine MP haben, ich nehm die Tommi Gun Tommi Gun Jawoll Walcos, komm her Äh Willst du vielleicht die hier? Was? Könnte ich haben Schöne blaue Achso Ich geh nach Da, da vorne, da vorne, direkt vor der Tür Ja, Alter Alter Was? Da oben ist auch noch einer Ja, Junge, hab ich ja auch nicht gesehen Digga, der ist so low, ne? Ich hab den Sohn Ich hab deswegen Hasse ich Die steilste Shotgun Oder auch die neue Shotgun besser gesagt Die hat grad im Film Fünf-Däger Headshot gemacht Und ich war mitten auf seinem Kopf Ja Alter Zehn Leute noch Mal gucken, Autos Wie gesagt, er kriegst einen Account Und Entwult Wieder Minus geholt Geil Wie gesagt, ich kann Karin ruhig einladen Aber ich weiß, wenn ich ihn Ich will ja nicht Arena spielen Und wenn ich ihn einlade Dann kann ich in Arena mehr spielen Chantal lass mich kurz überlegen, ob ich dich einlade Ähm, warte Vielleicht Vielleicht So Chantal kommt auch im halben Zimmer, ne? Ey Jimmy, deine Jonina ist wieder online Ich weiß, sie ist eh schon die ganze Zeit online Weiter CL ridge an esehat Die Py Training Fick dich Fick dich Hahahaha Dich F**K Nicht War ich gerade Das ist schon mal Immediately Ist ja Warte nochmal alte Warte nochmal Hkommen F**K okay okay ganz ruhig ich hab jetzt nix dummes über die saal und die wohnt eine halbe stunde von mir entfernt ich will nicht leben ich will daneben bleiben die kommt auf dem stream aber nicht, die kommt mit einer halben stunde selber und dann sag ich ihnen das und? äh 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 f*** dich selber äh 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 17 jährige mädchen alter äh äh 16 jährigen dummen jungs boah ich hab dich verletzt ja tut mir leid ich bin noch zwölf Karim hat gerade gefragt wenn du mit mir spielst hm ein odd no seit wann guckt keinem deiner stream sondern seit wann ist der bellboss bei mir und ich war ach lud da ist er ja keine ahme ich wundere mich auch wieso er ist gerade mein stream so und guckte weil er sich besorgen ich pfff 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 Der weiß hundertprozentig, wie schwer es ist. Hauptsache ich hab einfach direkt Softpacks statt ne Waffe, Digga. Ja, ich hab auch noch Softpacks. Ohne Taxi-Klicks sind so stolz auf mich. Ja, das ist nicht mal die Taxi-Klicks. Ne, ich weigere mich, diese Waffe mitzunehmen. Halt, stopp! Trink. Ich weigere mich, diese eine Waffe dann mitzunehmen, Digga. Meine. Ausdrehendig. MAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Mein, mein Keil ... Meins. Ich muss einfach mal editieren, Digga! Jetzt hab ich ne Nachricht gekriegt. Und jetzt werden wir Minis. Weil du waffst. Oh, ne Tactical. Wollte ich mich mitnehmen. Noch mehr Minis. Nice. Was hast du? Er hat 50 V-Bucks. 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 Er hat V-Bucks. Die niemanden interessieren. Wie kann er 50 V-Bucks haben? Er bekommt nur ein hunderter Ding an. Er bekommt nur ein hunderter Schritt ein V-Bucks. Ach so. Karim sagt, er ist immer bei den Live-Spielern. Er schreibt doch nicht, weil er immer im PSG guckt. Ja mal. Wie hat er aber 50 V-Bucks? Er rettet die Welt. Er rettet die Welt. Er rettet RDW. Er rettet RDW. Auf den Account ist RDW. Und wieso hattest du dann nur 150? Dieses epischen Automat für mich. Guck ihn dir mal an. Dieser epische Automat für mich. Der ist einfach nur unmütig. Nein. Da wollte ich nicht bauen. Der ist geil, Digga. Was willst du? Ja. Das ist der beste Automat, den wir noch niemals im Leben gesehen haben. Ja. Wieso nicht? Oh mein Gott. Der hat einen grünen Namen. Ja. Meine. Ich habe die da hingelegt. Mit Munition. Ja, deswegen lag auch der neue Munition. Jeder ist auch so so. Ja, mit Munition dazu. Trink du. Kapper. Ah! Ich kann die Tür nicht aufmachen. Ja. Inkompetent wie Epidemie. Ich stehe nicht. Hattest du da vor der Tür und mach die Tür nicht auf. Junge. Ah, Junge. Drei Kälte muss er packen. Nein, das ignoriere ich nicht. Leo meinte gerade soll ich ignorieren. Er hat zwar nur geschrieben, dass er der Profi Gamer ist aber einfach okay. aber ich ignorieren muss ich denn darauf antworten. Hey du Scheiße. Spass. 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 Meins habe ich hingelegt. Hahahaha. Witzig. Hahahaha. Witzig. Hahahaha. Spass. Da sieht man mal wie behindert, wie behindert er für ist. Ich weiß, ich bin behindert. Das kann ja nichts mehr. Und dumm. Ja, er meint jetzt was ich ihm, was ich sagen soll, dass es stimmt. Wahrscheinlich stimmt das. Ob er der beste ist, ne? Wahrscheinlich. Ja, eins gegen eins. Komm, ich klatsch. Nicht mal in den schönsten Träumstifter. Oh, ne. Natürlich. Ne, 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 ne. Ganz sicher von dich. Karin, bist du auch noch da? Alter. Der Hechtjob finde ich an die falsche Waffe, Alter. Bist du tot? Ha, bist du tot? Bist, welcher Platz bist du? Dein 65 ist da? Ja, gut. Der Hechtjob ist da. Ja gut. Ja gut, der Wechsel ist da. Ey, ein 65 ist da und legst du dich auf. Beim 65. Klapp rechst du dich auf. Willst du mal verarschen? Da freu ich mich eher. der hatte ich lieber darüber dass ich gerade mal zu früh gestorben würden jetzt irgendwas mit 20 oder so der meckert rum wie sehr gestoppt mit ihm waren zu tun ok oder ein sieg oder ein sieg und drei kills der war noch keine gegner und langweilig wie sich auch langweilig als ich quittler ist der rha ist sniper und jeggy das fällt auch gar nicht auf wenn du einfach auf einem anderen account aufsicht plottet timmy schief ist ungelootet spiel wie spielwiese oder wieso ist das hier so leer hey boy guckst du noch nicht zu oder gehst du gleich wieder raus zone ja fuck you hier fliegen hängeleiter timmy hier sind die gegner timmy oh my god gegner und kugler sie verpissen sich was suchen so ne hau guckla timmy wir müssen bei der erste zone dann können wir catchen erste zone wozu wichtiger go ich bin heiß das ist sein auftrag und es gibt bei dem ab aber ganz ehrlich weißen war seine aufgabe da doch auch wieder komplett dankeschön hier ist ein chuck chuck zu mir Ja, alles easy. Digga, ist der einem aufgefallen? Und das Haschenriss wurde entfernt. Ach ne. Aber mein Halt ist schon voll, ich wollte gerade sagen. Warum sind die Gegend für mich? Da hat sich das eingetätelte, von da wo ich eingesliped. Hier, lass einfach an der Seite hoch. Oh. Äh, Jeffrey, das ist jetzt nicht so schlau. Fehlt gar keiner drinnen. Hä? Von da wo ich weg bin, ich schwöre. Ich hab Kugler. Ich hab Kugler. Ich hab Kugler. Ich wusste ganz genau, dass deine Reaktion jetzt das ist. Okay, der Baum wurde gefrackt. Ich hab aber keinen Kugler, Mann. Wo ist mein Kugler? Der liegt hinten. Ach, voll nicht. Jetzt bin ich so richtig weg, ich seh ich schon kommen. Ich geh jetzt glaub' nur aus meinem Leitenschirm raus, dieser Weg war. Äh, jetzt von dir rennt niemand. Okay, jetzt so, so fies bin ich jetzt auch nicht. Schnauze. Ah, Junge. Da will ich mich schon zweimal das Gericht brechen. Okay, da unten liegt mir die Kild und ja, und Furzgranaten. Und jetzt nicht diese, wie ich, äh, die nennen meine ich nicht. Alter, ich bin Flascher. Wieder drei Punkte. Wir haben wieder drei Punkte eingeholt. Ja, ich stehe. Dann haben wir zwei Schlusspunkte. Stimmt. Nein. Das Buste, der ist nicht weg. Aufziehen. Klimt, Jürger. So macht man schlimm Züge. Nein, es ist nicht. Es ist nicht. Pro Runde? Nen. Äh, mindestens neun. Wenn wir gute Runden haben, sagen wir mal so. Okay, mit dem Team, was hast du jetzt vor? Was machen wir jetzt? Was ist deine Mission jetzt, Team? Ah! Äh. Meine Mission ist das einer von den Wechsel-Snapen. Willst du gerade klatschen oder so? Dankeschön, dass ich hier die Gegner, die, die Gegner boostet, Timmy, danke! Bitte. Hä? Digga! Timmy! Du bist so'n kleiner Wichser! Ich bin wegen dir jetzt gestorben, Alter! Wegen dir! Du purt mich nämlich genau zu den Gegner geboostet, Digga! Was?! Digga, bei mir hat's auf einmal gelankt und ich war tot! Der hat noch, der hat noch 85 auf dem! Junge! Du bist so'n kleiner! Ich bin jetzt sicher! Du bist so'n kleiner. Ein Livestream, Ivan. Wieso hast du kein Handy, Digga? Kaputt gegangen oder war es für Spaß? Deswegen, ich habe mal deine alte Nummer angeschrieben, Digga. Die Nummer hat jetzt irgendeine Frau. Die hat jetzt gefragt, wer bist du? Ich habe dich mal angeschrieben. Also deine erste Nummer, die du mir gegeben hast. Habe ich darauf angeschrieben. Und dann habe ich gesagt, wer bist du? Ich weiß, Ivan, nicht da. Musst du gucken, ob du das eingestellt hast. Ich guck nach. Ivan, sag was. Ivan, sag was. Ne, äh. Man hört sich nicht. Ah ja. Aber ich habe dir jetzt auch ganz bestimmt mitgeschrieben. Klar. Äh, was für geschrieben. Wo landest du auch? Das ist falsch. Zählt denn das leer? Du musst plästend landen. Plästend ist voll. Mega Moll. Und äh. Was ist denn zur Zeit auch voll? Salty. Ach, scheiße. Jetzt habe ich Julien hier in den Link geschickt. Ich wollte ihn doch gar nicht Julien spielen. So eine Sträfte, Alter. Wollte ich doch gar nicht. Wer hätte gerade abgestochen oder was? Das magst du löffeln hier, Alter. Komplett. Jetzt ist mal löffeln hier. Scheiße. Kiefer. Aua. Ah. Ich habe mein Knie geschlagen. Vollidiot. Ah. Neun Kills. Ja. Also neun Punkte. Oh, ich dachte. Meinst du, wir schaffen das jetzt? Neun Punkte, Timmy? Hoffe ich mal. Nächstes Mal Latvia Sunny, Alter. Nächstes Mal Latvia Sunny. Sunny Runden lief mir immer gut. Bis jetzt. Wo ist all die Job drin, Timmy? Jetzt frage ich mich auch schon den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wo der ist. Die Nachricht ist gar nicht bei ihm. Die Nachrichten kommen auch nicht an, gerade. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist 2006-12. Ja, ach nee. Hatte die heute Schule? Ja, wohin. Sunny, diesmal. Mal gucken. Ah, dieser Sunny. Ey, ich gucke jetzt mal, wie viel... Ich lag jetzt mein Video mal wieder. Guck mal nach. Ich habe auch schon ein Dislike. Guck mal nach. Ja, ich habe trackt. Ich bin zu sch***. F***. Ich habe auch schon ein Dislike. Keine Ahnung, wer das gesagt hat. Oh, sch***. Ich habe gar nicht aufgepasst. Ein Dislike. Ja. Nice. Rapper von wem? Von dir, Timmy? Nein. Nein, nein. Ich glaube, ich weiß wer das war. Und wer? Ich glaube, das war Julian. Auf jeden Fall weiß ich auch, wer ist jetzt ein Gegner kommt mit. Habe ich nur gesehen. Guten Charlie Pistol. Ah, der Gegner ist ja noch. Der fliegt ja immer noch in der Luft, Digga. Ich lande ja schon fast. Schick da immer noch. Daanere ist schon gelandet. Äh, dann sind zwei. Daanere ist schon gelandet. Ja, Digga. Er ist komplett lost, Alter. Gar kein Aim. Null. Ich weiß nicht, wie ich in die Pyramide reinkomme. Mal da. Jeffrey. Jeffrey, der neue Tomb Raider. Weiß nicht, wie man in die Pyramide reinkommt. Der neue Tomb Raider. Habe ich auch gerade Charlie Pistol gehört? Oh mein, ich bin ganz wieder da. Weil man es einstellen kann. Ah, Tactical. Du musst bei Partyeinstellungen gehen. Und dann deine Stimme teilen. Anmachen. Ich glaube, es geht so schnell. Ich glaube, gerade mal vier. Vier Rins in Solo. Brauchst du die noch? Nein. Was für Spiel, Chat? Da vorne sind die Gegner. Ja, es bringt eh nix. Lass mich mal pushen gehen. Einfach auf lustig. Ja, einfach auf lustig. Und zwei Sekunden später. Ich bin jetzt Division 4, 9 Punkte. Und dann bin ich Division 5. Ja, Digga. Er ist komplett lost. Er ist komplett lost. Das sind zwei, ne? Ja, ich weiß. Einer ist hier in dem Gebäude drin. Geil kurz. Megamall, Plessen, Zalti und... Äh, weiß gerade nicht. Shifty glaube ich. Da kommt noch einer rein. Habt ihr beide. Was ist denn hier? Ähm, ich hab noch ein paar Red. Dankeschön dafür, Herr Blasi. Oh, ne Panzer. Die nehme ich gerne. So, Pugan. Kann man immer gerne mal nehmen. Hm, was habe ich denn noch für die? Hahaha. Was sagst du? Ah, geil. So, dann nehme ich die auch weg. Kann ich die mitnehmen. So. Meine Kiste. Oh, ne Empir. Ist doch auch ein Empir. Ist doch. No, ich hab die gar nicht gesehen. Ehrenswert. Das war's schon. Ist ja langweilig. Mann. Äh, du Mixer. Ich muss drei Schuss zum Nachladen. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte eigentlich schon nur dezent aufbauen. Und hier ist eine Wand. Ihr freut euch, Junge. Ich hab gerade mal zwei Panzerhand gefunden. Nee. I don't play AK. Und trinkt den Chuck Chuck. Ich gönn niemanden, Digga. Ich gönn gar nicht. Mal gucken, Digga. Gucken. Ja, okay. Ich hab's ja. Ja, Junge. Ah, das war ein geiler Shit. Da ist schön viel Koffein drin. Das hat mich jetzt richtig hochgepeppt, Alter. Ich hab immer noch ein durchgehender 1,20er Ping. Weißt du, mein Router läuft nicht so gut. Überreste haben wir gerade nachgeladen. Scheiße. Ich kann nicht direkt losknipen. Müll. Ja, so heiße ich. Scheiße, Digga. Ich bin der Beste. Weißt du Scheiße? Ja, du hast gesehen, wie ich die gerade verfeuert habe. Aber ganz ehrlich, Digga, zwei komplette No-Hands. Die wussten gar nichts zu machen. Ich glaub, die sind auch nur in Division 4 reingekommen, wenn sie einfach nur rumgelaufen sind. Das war eigentlich, ich war der eine auf Division 4 Ebene und der andere war auf Division 1 Ebene. Oder so. Und der, der Division 4 war, ist eigentlich los gewesen und hat die ganze Zeit nur gecampt und plus gemacht. Beste Geschichte. So kann man nämlich auch bloß holen, die ganze nur campen. Bist du in den Top 5 und Top 3 und dann, äh. Ja, egal, ich weiß, mein Pieke Scheiße, weiß nicht Bescheid. Musst du nicht rummachen. Ganz ehrlich, klar. Das kannst du dir sparen. Minis. Da brauchst du Cypher-Munition. Äh, ich hab 36 Schussfüttner und so. Dann passt das. Wie soll die Barzone gehen, Digga? Das ist so meine Vermutung, die wir jetzt lieber, äh, machen sollten. Ja, mein Deutsch. Ist nicht so, weil das was nicht wahr. Das wäre jetzt meine Vermutung, die wir jetzt machen sollen. Ja, heils Maul, Timmy. Jochik. Der B- Na gut, ich sag lieber nichts zu rausbrennen. Das kannst du dir sparen, Timmy. Heils Maul. Als Brettfest. Was? Da vorne ist ein Epic-Auswalt mit mir. Scheiße, da wurde ich mit. Als ob du den gesehen hast. Was haben wir denn da? Die Pistole. Ein Zypfer. Und die neue Granaten. Hitschen sie die neue Granate-Werfahnen. Ey, gib die Munition her. Danke schön. Danke für diese Kompliment. Danke. Er hat gesagt, ich bin nicht schlecht. Oh, das ist süß. Hoffentlich, hoffentlich laufst du in eine Falle rein, Alter. Ich wollte eigentlich nichts bauen. Das war so gesagt, also. Okay. Eigentlich wollte ich nicht bauen. Als die Waren geht, er gibt diese Granaten-Mutition her. Äh, ja, hier. Danke. Und umdrehen. Timmy, ich höre Hängengleiter. Timmy, ich höre Hängengleiter. Hallo? Hallo? Ich gucke heute. Gegner! Weißt du noch, wo einer wiederbleiben wollte? Null. Der soll er zu fischen gehen. Einfach so fanden. Ich hatte schon ein Punkt plus. Von daher. Ach, du brauchst ja auch noch weniger. Ich soll hier auch noch einen. Komm, peek. Komm, peek nochmal und du bist tot, du klangst. Komm, peek nochmal. Ah, trefft man. Habe ihn 150er-Hit. Habe ihn 150er-Hit. Er ist loaded. Oh, Onkel. Hi, Robber. Wie gut, dass ich bin, ne? Hi, Junge. Einer von denen ist richtig low. Ich auch. Alter, schnell. Was ist das denn rum, Alter? Alter, ich hatte sowas. Mein Stick läuft einfach nicht. Geil. Der fällt runter wie Norskin. Der fällt runter. Ich bekomme einen Kill. Hinter dir. Wo? Links. Hinter dir. Ich habe gar keinen Plus gemacht. Ich habe gar keinen Plus gemacht. Das ist dann ja weniger mein Problem, ne? Äh, doch. Du bist gestorben. Du hast einen Wind geholt. Ja, langweilig. Dann jupst du uns nicht. Ja, ich bin gut darin zu sterben. Ich bin gut darin zu sterben. Kapper. Aha, danke schön. Ich bin scheiße, Kapper. Äh, ohne Kapper. Junge, ne? Ja, ich weiß. Hier, guck. Ich bin hier unten. Guck, gerade hier. Scale Level 3, Tri-Hard, neun von zehn. Da, 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 ich seh, da, oh nein. Ich seh doch, ich bin noch nicht blitz, Junge. Äh, nee, 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 nee. Wer, wer, wer hat mich jetzt falsch geschrieben? Äh, boy, der ist A-H und dann T-I-M-I. Ah, der brot auf die Fresse. Bin ich mord bei dir? Erstens, er wird mit, äh, erstens, Smile Boy, er wird mit M geschrieben und statt am Ende I kommt das Y hin. So wird das geschrieben. Erstens, er wird mit, äh, Deutschunterricht mit Jeffrey. Okay, ich bin, äh, ich bin, so. So, A-K-A-T-I-M-I. Nochmal, Sunny. Okay. A-K-A-T-I-M-I. Nicht wahr, es häftig schwammnet. Ich hab' na, Sunny-Stick. Grüne Eier. Ähm. Nein, 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 nein. Geh, nehm, nehm die graue Erbe, die ist viel besser. Ich weiß. Ja, nehm, dann, dann nehm gar keine von ihr mit, die sind beide schlecht. Sind beide schlecht wie deine Existenz. Gute Füße. Also, Jack ist auch nicht gemein oder so, der, Alter, ich wär' versundern können. Nein, ich hab nichts gesehen. Oh mein Gott. Timmy, ich hab Banaches. Timmy, ich hab Banaches. Alter, sei wie John Wick. Push einfach rein. Und versuch' Leute zu erwürgen und dann strech' die mit'n Ballstift ab. Nein, nein, so eine Waffe nehm' ich nie mit'n mit, nie wieder mehr. Kein Bock drauf. Ne, 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 ne. Die tun Gegner, die Waffe tut Gegner nicht weh, die kratzen, die kratzen mich mal. Ich nehm' ja, die streich'n will, ja. Ich nehm' ja, die streich'n will, ja. Ich nehm' ja, ich will' ich umbringen, Alter. Also, ich weiß nicht, was du grad haut, ich hab' dir auch nicht zugehört und das ist auch gut so. Guter Mann, siehst du, hier, boy, seid auch guter Mann, hörst du Bescheid. Niemand gibt diese Pumpkan freiwillig mit, das ist, das ist 6 Mod 200, Alter. Wenn du verlieren willst, kann ich Pumpkan gerne mitnehmen, wenn du richtig im Minus gehen willst. Und ein 55er Headshot geht auch noch mal rein. Ja, ein schöner 55er Headshot, wenn der direkt vor der Nase steht, Digga. Nice. Nice, Digga, das, das hat mich zu... Ja, ich habe Pumpkan, oh mein Gott, das war gut, dass ich nicht so gut gemacht habe. Oh mein Gott, Jeffrey. Äh, falsch. Hast du noch irgendeine vollautomatische Waffe oder so gefunden? Ja, ich hab' ne Ah, ja. Die Krautung. Äh, ja. Wenn du irgendwas vollautomatisch... Falsch, dass meine Stimme komplett fangst auf, Alter. Was? Ich freu' mich, wegen meiner blauen Pump, weißt du, der sagt, du hast so ein automatisches Waffe. Ich hab' ne vollautomatische Waffe, ich denk' dir so, ne, aber an doch ne Müllwaffe. Äh, ne, ich hab' keine vollautomatische Waffe. Ja! Hat die graue, ah ja, aber ich hab' ne grüne gefunden. Ich hasse dich. Ne, ich hab' ne MP gefunden. Oh, you! Ich hab' auch noch ne MP für dich gefunden. Oh mein Gott, kann man das essen? Oh, Big Nights! Dankeschön! Hast du Minis? Nein. Aber ich hab' was Besseres. Das, was man werfen kann. Ich hab' mich verarschen. Was hast du denn mit? Ja, spannend. Alkoholfreies Bier. Was hast du? Ich hab' was Gutes mit. Was denn? Bier mit Alkohol. Birli Kugler! Ja, ich weiß. Ich hab' Bier mit Alkohol dabei. Komm her, komm her, mein Akon. Bier mit Alkohol, stärker um. Ja, Kugler! Ja, der wächst aus! Digga, bist du schön besoffen. Da ist schön Alkohol drin. Ja, Digga, mein Engel war auch wieder ein Freund, Digga. Ich hab' nicht einen Schuss getroffen. 40% Alkohol. Bestes Bier. Ja, ich weiß, ich weiß das. Ey, es stand die ganze Zeit, ich bin doch online, Digga. Trink du den Wiggy. Ich trink meine beiden Wiggy. Beine vor allem. Ja, ich hab' zwei. Nein, die anderen bewahr' ich mir auch. Von Notzelle. Was? Du bist jetzt Joker. Und? Du hast jetzt die Wahl. Entweder du bekommst sie... Ich weiß genau, bringt der die jetzt? Du hast ne... 3... Du hast ne... 5%ige Chance, gute Teammates zu bekommen. Eine 5%ige Chance. Aber ich meine, gute Teammates haben keinen Bock auf Randoms. Ja, das stimmt sogar. Ja, das stimmt sogar. Timi! Äh! Äh, nein! Oh mein Gott. Ja? Äh, Fahrbomberin läuft da unten rum. Hä 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 hä. Und sind zwei Gegner. Oh, Mann, oh. Sind das kleine Mushies oder was machen die da, Alter? Sind das kleine Mushies oder was machen die da, Alter? Sind die hinschert? Oh, Mann, oh. Oh, Mann, oh. Digga, ist nicht die Lost? Digga, er ist low. Er hat 100 hit giftiert. Ah, oh. Er hat 150 HP, Digga. Nein! Das war's wieder komplett an dieser Stelle, Digga. Ich hab's nicht gemacht. Ein Punkt Minus zu wenig, ich. Drei Punkte Minus zu wenig. Nein! Packy 3! So was zum Leben sein. Dreieckiges Illuminati. Ein zweieckiges... Oh, oh. Ein zweieckiges... Halt, stopp. Ein zweieckiges Illuminati. Das muss... Ey, boy. Kann ich dich mal was sagen? Warte, ich guck mal kurz, ob ich schon das Hals zu dir reinkomme, Digga. Ich versorg dir nicht gut, ein T-Mate, okay? Was kann ich? Ja, frag doch. Oh, okay. Ähm, bist du dumm? War nur ne Frage, war keine Feststellung. Warte, kurz. Ich guck mal kurz auf Chantal, damit er überspielen will. Dann holst du zu 100 Prozent, ähm, 100 Prozentensieg, Digga. Sie ist die beste Spielerin, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Digga, ich kotze bei ihr. Kappa. Ohne Kappa. Ich meinte Kappa mit sie, das erste Spieler, die ich jemals gesehen habe. Das war ich mit Kappa. Ach so, ja, wenn es bei dir Kappa zutrifft, dann passt es. Jeffrey, soll ich mir ein Bild schicken? Okay, du bist nicht. Ich wollte nur mal sagen. Was ist? Jeffrey, soll ich mir ein Bild schicken, wie es aussieht, wenn du in einem Spiel, genauerkeit, richtig vernachlässig, aber stärke, richtig hoch, hoch pushen? Jimmy, Jimmy, soll ich dir mal ein Geheimnis raten? Halt die Schnauze, ich weiß ganz genau, was du sagen willst. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ich kenne das Geheimnis, ich kenne das Geheimnis. Welches denn? Ich furzte ins Gesicht, dann Spaß. Willst du das Geheimnis verraten? Das juckt dich nicht, wetten? Was glaubst du eigentlich überhaupt für eine Scheiße? Vieles. Jeffrey, es gibt ein neues Thanos. Thanos hat ein neues Handschuh. Thanos hat ein neues Handschuh. Genau, ein neues Handschuh, genau. Neues Handschuh. Thanos hat ein neues Infinity Handschuh. Hab ein Bild geschickt. Ich will auch diese Handschuh haben. Digga, der mit die Soursoße Barbecue. Junge. Alter, wir gehen Sunny Step Step Step. Sunny Step Step Step. Wir gehen Sunny Sunny Step Step Step. Digga, so ein Infinity Handschuh will ich auch haben. Ich auch, Digga. Ja, das muss ich nicht mal zweimal zeigen. Das ist quasi direkt, dass ich haben will. Ich bin endlich nach der Vision 5. Ich will es bloß machen. Schnauze. Okay. Hör auf, Junge, das nervt. Ich fühle mich dann nicht. Ich fühle mich dann nicht bei der Schnauze. Er sagt, das nervt. Ich fühle mich irgendwie groß dann, Digga. Obwohl ich ein kleiner Gartenzwerg bin. Das nervt. Hast ein Jump Hit im Automaten und eine Scar. Und ein Barrette. Barrette. Eindeutig Barrette. Ivan, guck mal, du musst dir so vorstellen. Ich bin eigentlich 79. Ja, Barrette oder Jump Hit. Was meinst du, ähm, Chef? Was meinst du, Boy? Jump Hit. Entschuldigung, schnell. Ich muss auch noch nuten. Ein Barrette will ich nehmen. Ja, antwortet nicht. Dann, nimm Barrette. Chill. Ich will den grünen, die Chiefs nicht ändern lassen. Scar oder Barrette? Scar, okay. Dann will ich nämlich die Barrette mit. Ich will den grünen, weil er das ganze Haus auch nimm ich Barrette. Ihr ist Gegner! Fuck you. Fuck you, Slags. Fuck you, Slags! Tim, helf mir. Helf mir. Helf mir. Helf mir, Digga! Bitte. Er kommt, hilf mich. Ja, ich bin tot. Nur weil er so lange gebraucht hat, zu entscheiden. Loll, der hat sich rübergezogen. Der hat sich rübergezogen. Ja, weil auf der anderen Zeit auch noch einer war. Ey, mach ein Auto, ey. Fick dich. Digga, ich drück, ich drück mein Controller komplett durch. Der zieht sich rüber. Nein. Nächstes Mal nehme ich die Skarsenautomaten. Nächstes Mal, nächstes Mal nimmst du dich, was für schneller aus dem Automaten. Nächstes Mal nimmst du dich, was für schneller aus dem Automaten. Took mich. Niyet! NACHF! Jesus, will du dich verdrehen? Ah, Junge. Dass man noch Minus-3 bekommt, regt mich auf. Ich brauch schon die kleinen Punkt, der Junge! Ich bin zufrieden, dass ich das alles verbeizte! Wieso? Boah, du hast auch ein schlechtes Entscheidungsmittel drauf. Was hätt ich denn jetzt gar kein Barrette? Ich das gar ausgenommen und hätt die beiden locker zerfickt. Nein! Er sagt gar, wenn ich das Barrette nehme! Er wusste das, Alter! Chiming hat jetzt die Schuld dafür, dass ich nichts davon haue, was er gesagt hat. Hahaha! War ja auch deine Schuld! Nee! Nicht ein bisschen! Viel! Ja! Danke! Etwas viel! Fuck you! Gleichfalls! Dankeschön! Nehm ich als Kompliment! Ich nicht! Boi! Du sollst mir dein Team teilen! Hab ich gesagt! Diese Mappung! Bist halt fliegen! Hätt geschwommen, Leute! Ah Junge! Ah ja! Fliege! Fliege! Ich denke schon! Ich hab gefragt, ob ich dumm bin! Er sagt Fliege schon! Fliege schon! Lass du nix machen! Mann, wie ist es heiß! Haus plus Ventilator! Ventilator an! Zum Beispiel hab ich meinen Ventilator kurz angepasst, indem ich einfach draufgehauen habe! Ich weiß nicht wie! Ey, Boi! Hast du eigentlich schon geliked! Du hast auch schon geliked! Ich hab gedisliked! Du ruhensohn! Ich wollte desliken! Dann hab ich auf den Liken gedrückt! Und hab jetzt keinen Bock! Und hatte keinen Bock umzuentern! Da kommt ein Gegner mit zwei Gegner! Eins Gegner, zwei ins Gegner! Was? Aber die gehen da vorne zur Impenitionsposten! Äh, links von mir ist auch noch was! Über mir! Ich schaff wieder, sich da hinzuladen! Ich bin vollkommen inkompetent, Alter! Geh zu diesem Haus hier! Da geh ich, Alter, hin! Da kommt noch welcher mit Kug da! Really? Munition ist hier so ne... Schattenboppen! Ja, das ist die Waffe, die ich brauche, Digga! Digga! Sofort! Er will mich doch ganz hart verarschen! Aber ganz hart! Ah! Aua! Was ist hier? Ja, den Trommiler! Wenigstens echt hart, Digga! Für die drei, aber das geht eigentlich auch voll klar! Ähm, hast du auch Schattenbomben gehabt? Ja, ich musste die auch einsetzen! Ne, MP, Timmy! Ja, ein Chak-Chak wäre jetzt echt schmackhaft! Digga, hier ist ein Liegner! Ich will's los holen! Ich will's los holen! Doch doch nicht zu spät! Happy, Digga! Ich bin grad am wegrennen! Hits! Hits! Ja, hab ich gesehen! Fuck you! Verbreche ich mir deine Scheißnera... Digga! Ich hab einfach nemich gekriegt ohne dass ich mich noch angeschossen hat, Digga! Was geht bei mir ab, Alter? Bitte keinen Hits! Bitte keinen Hits! Bitte keinen Hits! Bitte keinen Hits! Ich hab keine Mets, wir fahren wieder 10.000 Euro aus dem Boden. Ja, Alter, ich leh, 4 Minus, Alter. Gleich sind es 7. Wieso 4 Minus, du meinst 3 Minus? Ja, gleich sind es 7. Ich leh, 4 Punkte negativ. Halt die Schnauze. Ich bin dumm. Man merkt, dass du behindert bist. Man merkt, dass Ivan behindert ist. Ja, kümmer dich erst mal um deinen Win. Kümmer dich erst mal um deinen Win. Das Ding ist einfach, das Ding ist einfach, vorher hat einfach gesagt, das mit dein Win, der erste Gegend. Naaah. Ja, ja, ja. Leumann, Kato ist rausflipst. Wenn du das Video teilst zu euch auf. Und ein Like gibst. Gebt den Video einem Daumen nach... Nein, einfach keine Würde gucken, Mann. Gebt den Daumen ein... Gebt den Daumen ein... Gebt den Daumen ein Video waagerecht und... Hey, Jeffrey. 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 Gebt dem Daumen... Gebt dem Video einen Daumen waagerecht. Ne, gebt dem Daumen ein Video waagerecht. Ich bin wirklich stolzest. Trazen, Break, next up. Ja, gib. Ich, ich, ich bin Eins und... Ich will Feuer am Flamme mit dieser Serie. Ah. heilige kacke ey ey lass mal haunt es lass mal haunt es gehen ich will sich Lust holen ich bin genervt von dir Jeffrey Jeffrey der beste Trick bei einem Bewerbungsgespräch rat mal was er ist entfernt den Radiergummi von deinem Stift von dem Bleistift also und wenn der Chef fragt was du da machst sagst du einfach ich entferne den Radiergummi fragt der Chef wieso sagst du einfach ich mache keine Fehler Eier findet man auch auf Instagram funktioniert zu 100% zu 200% sogar noch 210 du hast keine Fehler einstellt sofort steht sogar im Post drin sie sind eingestellt steht da einfach noch wetten wetten ich bin zu tief oder zu hoch ich stande nie oder mein Headset ist nicht laut eingestellt wie auch immer ja moin wetten ich bin zu tief oder zu hoch ich lande die perfekt ich lande die perfekt da wo ich landen will wo willst du landen ganz hinten ich bin zum ersten mal perfekt gelandet in Jerusalem und bei mir ist ein Jekner mit der Pumpkanne mit der Pumpkanne ist natürlich noch einfacher aber die Schöne auch bestimmt ab 1 nein nein ey nee ich hasse das hier nicht bitte oh ich zieh oh mein Gott der hat sich gerade auch nur so gefahrt hä wieso ist der nicht tot alles gut ich habe alles unter Kontrolle Digga alles unter Kontrolle wir haben immer noch kein Plus Gold ja ich hab schon Plus Gold also holen wir nicht so rum du ich aber nicht ja das ist ja nicht mein Problem ach moll nein was komm jetzt komm jetzt zu mir ich hab's für dich komm her ein Slurp ernsthaft hier Slurper und hier irgendwie ein Bigness warte mal ich muss jetzt mal kurz nachrechnen das sollte passen wenn das nicht passt ist das deine Schuld Jeffrey ey ich gleich die Pumpkanne haben können Digga wär das viel gechillter da gewesen ey das ist noch ein Bigness ein Bigness ok Vorschnitt kannst du stacken oder nimmst du Minis oder Benches ich hab gar nichts mit der Hand hier gerade übernehme ich was ich nehme Minis mehr ich hab Minis gefunden wir können mir Bigness liegen lassen hier ist ein Medikid ja er kommt die Kommentare lesen die ich hatte ich schimpft wieder Kommentare ja gut ich bekomme eh grad keine also was soll's gehen doch hin was dann hier finden wir nur ein paar ein paar viele die ist hier in der ist aber der gast legt so rum wie soll ich so ein shit wie king alter es geht bei mir ab die ganze Leute sind flüssiger hier legt so rum wie überargend ich bin ja ich bin ja auch mit einfach so fangen aber brauchst du noch eine mp sind hier äh nee also ich fahr doch mal ne tschüss doch wiedersehen bye 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 meine liebe des lebens ah nein fuck du sollst doch nicht dann raub kommen kommentar bekommen ist nicht erst jetzt nie ping ungültig alter schnauze ping und nicht äh fing ich nicht ich fahre dann ne fuck you ich will die krampf schrotflinte krampf schrotflinte ja dann nehm ich die oh jetzt gleich weg gesnipet das weiß ich einfach gleich weg gesnipet dem 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 äh trio und nee kein trio ich bin auch eh nur i love my ja der stein ist kurz ja jetzt auf der radio scheiß meine flette ist auf dem handy aktiviert nein all das nicht wollen so jetzt hat es holkos was sieht denn dumm aus ok leeg ok fly hier ist kein gegner feste zahlung gehört ja nur mir der älter hat nein hier ist patrick ja ähm loll da war einfach krass was da drinne war was denn diegel da war ein nagerfeuer drinne loll mein gott das ist so cool das ist so cool baum oh gegner der gegner der gegner der gegner der gegner okay 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 ich lebe ja nicht alle tage okay ein nein ey was ist was das skin das ist ja ein acht rival das geht was ist was ist was ist was ist needy das red leleg hat kein schild mehr Fuck you! Gegen den du grad fightest? Hab ihn! Okay! Das waren beide Solo, Digga! Passt doch! Oh, wo ist noch ein Gegner? Äh... Der Blau! Pump, komm! Spaß! So ehrenlos bin ich hier! Wo ist der andere eigentlich? Hier, hinten ist der Loot! Ist der da unten gesprungen oder was? Nein, der wurde in den Loot weggepumpt. Ähm... Okay! Wer hat den den Loot weggepumpt? Den Typen, den ich angeschossen hab und du getötet hast. Ach, du mir einen Loot-Job-Bahn zu nehmen! Ich such mal Loot-Job-Bahn zu nehmen! Ja, diesen Loot-Job-Machinese, wetten! Der ist gleich außerhalb der Zone, wie sonst immer! Ähm... Kugler! Be first! Timmy, hier oben! Fuck you! Fuck you! Fuck you! I does not want! For piss sake! Was tut das gerade eben mit den Gasgranaten? Au! Wo? Ach ja! Was? Fuck! Ich hab den einen noch geholt! Ey! Dein ist nur wieder gestreckt, Junge! Ja! Wir haben nicht mal Plus gemacht! Nee, Digga! Ich spiel' vielleicht keinen Arena mehr! Kein Bock mehr! Ich hab drei Kills gemacht! Wie viele hast du gemacht? Gar keinen! Aber du hast nicht noch weiter gespuppiert! Ja, Junge! Ich will Plus machen! Tatsächlich ist man nicht so weit durchwaschen! Wo komm ich eigentlich Kommentare? Das frag ich mich gerade! Drei Aufrufe, Digga! Das ist irgendwie traurig! Ich will Kommentare bekommen! Betten! Ich guck jetzt mal nach dem Trove-Stream! Habe ich überhaupt Trove-Streams noch? Uploads! Gives Stars! Ananas! Vier Aufrufe! Auch schon mal besser! Trove Schattentum-Gameplay! Neun Aufrufe! Oh! Ich hab ein Plus- Ich hab ein Plus- Ich hab ein Plus gemacht! Ah! Vor- One-Shot bringt richtig rein! Diesen hab ich nur einen Plus-Punkt gemacht! Really? Ja, Moin! Ein Schuss, Digga! Wenn ein Schuss nochmal rauskommt, das bringt richtig viel rein! Ja, ist eigentlich beliebt, hat 19 Aufrufe! Ich hab... Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte gehofft, das ist mein Schuss-Turnier! Da wären wir richtig mal die... Weißt du was? Dann noch! Feedback, ähm... Kommentar... One-Shot... Ich... Ja, äh... Ja, ich will, dass die One-Shots werden... Nein, nein! Ähm... Ähm... Tibi! Wenn jetzt Ivan reinkommt, ne? Ich werde Exkoschleck spielen! Okay... Weil... Ich... Ich dachte wirklich, dass Ivan so wie sie spielt! Ich hab keinen Bock mehr, den Aufhängung und Gerard zu gehen! Haha! Ist er überhaupt da? Ivan, bist du da? Okay, gut! Der ist in einer Runde! Lenne! Er spielt schon diese Wichser! Ach ja, er spielt ja auch drin! Was ist ein Keck? Keck! Keck Kork! Oh, ready man! Ich wollte aber ein bisschen normaler spielen! Äh... 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 Äh...